Sollen wir heute in ein Restaurant gehen? Oh ja, das ist eine gute Idee. Worauf hast du Lust? Ich habe heute Lust auf Pizza. Ich möchte heute Italienisch essen. Komm, wir gehen zum Italiener. Magst du chinesisches Essen? Magst du chinesisches Essen? Ja, ich mag chinesisches Essen. Ja, ich mag chinesisches Essen. Ich esse gerne Dim Sum. Nein, ich mag kein chinesisches Essen. Es ist mir zu salzig. Kann ich dir etwas zu essen anbieten? Kann ich dir etwas zu essen anbieten? Ja, ich habe ein bisschen Hunger. Ja, ich habe ein bisschen Hunger. Ja, ich esse gerne etwas. Nein, danke, ich habe keinen Hunger. Nein, danke, ich habe schon gegessen. Nein, danke, ich habe schon gegessen. Nein, danke. Nein, danke. Ich habe später eine Verabredung zum Essen. Ich habe später eine Verabredung zum Essen. Lass uns hier am Imbissstand etwas bestellen. Lass uns hier am Imbissstand etwas bestellen. Lass uns hier am Imbissstand etwas bestellen. Ich bestelle einen Hamburger. Ich bestelle einen Hamburger. Was ist heute das vegetarische Gericht? Ich esse kein Fleisch. Ich esse kein Fleisch. Ich bin Vegetarier. Ich esse keine tierischen Produkte. Ich esse keine tierischen Produkte. Ich bin Veganer. Ich gehe zum Bäcker. Wir haben kein Brot mehr. Gemüse und Obst enthalten viele Vitamine. Gemüse und Obst enthalten viele Vitamine. Nudeln bestehen aus Getreide. Mit dem Mehl backt man Brot. Mit dem Mehl backt man Brot. Lass uns etwas zusammen kochen. Ich habe heute im Supermarkt eingekauft. Es hat viele Lebensmittel im Kühlschrank. Wir müssen sie essen, sonst verderben sie. Nein, ich möchte heute nicht kochen. Nein, ich möchte heute nicht kochen. Bestellen wir doch etwas beim Lieferdienst. Bestellen wir doch etwas beim Lieferdienst. Heute möchten wir im Garten grillen. Wir grillen leckere Hühnerschenkel. Wir grillen leckere Hühnerschenkel. Isst du gerne Sushi? Isst du gerne Sushi? Ja, ich esse gern Sushi. Ja, ich esse gern Sushi. Nein, ich esse nicht gern Sushi. Ich mag keinen Fisch. Magst du mexikanisches Essen? Magst du mexikanisches Essen? Ja, ich liebe Tacos. Ja, ich liebe Tacos. Nein, mexikanisches Essen ist mir zu scharf. Ich habe eine Nussallergie. Ich habe eine Nussallergie. Mein Körper reagiert allergisch auf Schalenfrüchte. Ich soll keine Nüsse essen. Ich soll keine Nüsse essen. Wenn ich ein Gericht esse, das Nüsse enthält, Wenn ich ein Gericht esse, das Nüsse enthält, bekomme ich Probleme beim Atmen. Bekomme ich Probleme beim Atmen. Möchtest du etwas essen? Möchtest du etwas essen? Ja, ich möchte Nudeln essen. Ja, ich möchte Nudeln essen. Ja, ich hätte gern etwas Süßes. Ja, ich hätte gern etwas Süßes. Nein, ich bin auf Diät. Nein, ich bin auf Diät. Nein, ich möchte nichts essen. Nein, ich möchte nichts essen. Was möchtest du essen? Was möchtest du essen? Ich möchte einen Hotdog essen. Ich möchte einen Hotdog essen. Ich hätte gern einen Hamburger. Ich hätte gern einen Hamburger. Hm, ich weiß es nicht. Hm, ich weiß es nicht. Was möchtest du denn essen? Was möchtest du denn essen? Hast du Lust auf Kuchen? Ja, ich habe Lust auf Kuchen. Ich nehme gern ein Stück Kuchen. Nein, ich habe eher Lust auf Pudding. Nein, ich habe eher Lust auf Pudding. Darf ich dir etwas zu essen anbieten? Das ist sehr nett von dir. Das ist sehr nett von dir. Sehr gern, vielen Dank. Sehr gern, vielen Dank. Sehr nett, aber ich habe leider keinen Hunger. Sehr nett, aber ich habe leider keinen Hunger. Was hättest du gern zu essen? Was hättest du gern zu essen? Ich hätte gern ein Schnitzel mit Pommes. Ich hätte gern ein Steak mit Salat. Ich hätte gern ein Steak mit Salat. Was hast du bestellt? Was hast du bestellt? Ich habe Kirschtorte bestellt. Ich habe Kirschtorte bestellt. Ich habe Pfandkuchen bestellt. Ich habe Pfandkuchen bestellt. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Hühnchen mit Pommes. Mein Lieblingsessen ist die Bratwurst. Mein Lieblingsessen ist die Bratwurst. Ich habe jetzt Hunger bekommen. Ich habe jetzt Hunger bekommen. Ich möchte jetzt mein Hähnchen essen. Ich möchte jetzt mein Hähnchen essen. Was ist dein Lieblingsessen? Was würdest du jetzt gern essen? Schreib bitte einen Kommentar mit deinem Lieblingsgericht. Schreib bitte einen Kommentar mit deinem Lieblingsgericht.